Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, oben läuft ein Timer. In 53 Sekunden verwandeln wir uns in einen zufälligen Mob oder in ein Item. Das wird super, super, super lustig und unsere Aufgabe ist es Minecraft durchzuspielen. Okay, wir haben noch 40 Sekunden Zeit bis zur ersten Verwandlung. Ich bin sehr gespannt, Kata, wie du aussiehst bzw. wie auch ich aussehen werde. Vielleicht werden wir auch ein Schäfchen oder ein Enderdragon. Ich denke, wir wären eigentlich dasselbe oder geht da was anderes? Das ist auch noch interessant. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Okay, ich habe auf jeden Fall schon Holz. Ich war schon mal Crafting Table, Kata. Guck mal, Crafting Table, bitteschön. Dann mache ich schon mal eine Spitzhacke. Wir können uns tatsächlich auch mehr in Brot zum Beispiel verwandeln oder in ein Blatt. Oh nein, da bin ich sehr gespannt. Noch 7 Sekunden. Warte, warte, warte. Ich werde mal stehen. Ich behalte dich im Blick. 4, 3, 2, 1 und... Oh, wie süß. Ah, oh mein Gott. Ich bin eine Hunde und du bist eine Katze. Als ob wir genau das jetzt auch bekommen. Oh, ich habe Regeneration. Gabe ich, komm mal her. Äh, du hast Stärke? Au, oh, du machst 3,5 Herzen Damage, Kata. Aber Regeneration ist richtig, richtig, richtig doll cool. Okay. Wollen wir hier noch ein bisschen mehr Holz haben? In wiederum 35 Sekunden. Ich mache Holz. Und, oh, ins nächste Tierchen. Wie süß. Oh, ich bin wieder zurück verwandelt. Hallo. Mehr als genug Holz habe ich. Ich gehe mich mal... Oh, hier nach unten wundeln. Oh, hast du schon einen Stein abgebaut? Ja, habe ich. Oh, wir verwandeln uns gleich wieder. Und was werde ich? Was werde ich? Ich werde... Oh, du bist ein Smaragd. Oh, kann ich dich abbauen? Das ist ja cool. Ich bin einfach ein Eisen. Oh, was ist denn da los? Okay. Dann gehe ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr Stein abbauen. Habe ich Fähigkeiten? Oh, tatsächlich, ich habe Stärke. Das ist so cool, dass wir uns einfach hier zufällig verwandeln. Gleich müsste ich mich wieder zurück verwandeln. Und ich müsste wieder ich sein. Ich habe einen. Sehr gut. Oh, du hast Eisen, Kater. Warte, warte, warte. Ich mache mir schon mal ein bisschen mehr Ausrüstung. Moment mal. So, Ofen mache ich schon mal insgesamt. Dann mache ich natürlich hier. Nein, ich habe nicht genug Stein dafür. Ich brauche noch ein bisschen Stein. Dann mache ich mir eine Steinspitzhacke. Dann baue ich auch ein bisschen Eisen ab. Und dann können wir uns schon das ganze Eisen braten für eine Eisenspitzhacke. Und dann schon Diamanten abbauen. Spitzhacke kann ich mir machen insgesamt. Gleich verwandeln wir uns wieder. Ich bin sehr gespannt, welche Fähigkeit ich bekomme. Ich werde eine Kuh. Und ich werde ein Goldengard. Goldengard. Ich habe Schnelligkeit bekommen dadurch. Hui. Oh, das ist ja echt cool. Okay. Oh, oh. Die Kuh ist mir hier ein bisschen im Weg insgesamt. Das klappt wirklich super, 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 super gut. Okay. Willst du schon ein bisschen Eisen braten, Kater? Ich bin gerade in der Höhle. Ja, mache ich aber gleich. Ich kann mal zu dir kommen. Warte mal. Ich hole mir den Crafting Table mit. Ich stelle mal hier unten den Ofen schon mal hin, Kater. Schau mal. Danke. Da kannst du schon mal alles reinlegen. Wir verwandeln uns gleich wieder. Hier haben wir noch Kohle. Oh, hier sind auch Gegner. Skelett. Oh, oh. Und was werde ich? Vielleicht werde ich auch ein Skelett. Das wäre cool. Und was wirst du? Du wirst... Ich bin wieder eine Kuh. Und du bist ein Eisen. Ich bin wieder ein Eisen. Ich habe irgendwie die ganzen Ingers hier. Stimmt. Du bist immer ein Erz. Ich habe Fire Resistant bekommen. Dann mache ich schon mal hier eine Eisenspitzhacke. Soll ich dir ein Eisenschwert machen, Kater? Ja, sehr gerne. So. Oh, ich mache mir auch ein Eisenschwert. Guck mal. Bitteschön, du kleines Gold. Oh, du hast wieder verwandelt. Zack. Sehr gut. Okay. Eisenschwert haben wir schon mal. Eisenspitzhacke habe ich auch. Dann gehe ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach unten. Mich vielleicht buddeln. Vielleicht habe ich Glück. Und ich finde eine Diamanten. Beziehungsweise eine relativ große Höhle. Und ich bin wieder eine Kuh. Und ich habe Fire Resistant. Okay. Weit unten. Hier riecht es doch schon nach Diamanten. Irgendwo hier müsste eine sein. Hier ist Eis. Da sind Diamanten. Da sind Diamanten. Okay. Die kann ich aber am besten abbauen, wenn ich keine Kuh mehr bin. Hier ist es die Dark. Oh. Pass bloß auf, Kater. Okay. Ich bin keine Kuh mehr. Sehr gut. Sind das drei Diamanten jetzt? Oh. Das sind sogar noch mehr. Das sind vier Diamanten, glaube ich. Die werden alle satt mitgenommen. Damit können wir uns natürlich schon eine Diamantenschwertsacke machen. Oh. Denkst du, hier kommt der Warden dann? Oh. Pass bloß auf, Kater. Dass du da nicht weggestätselt wirst. Ein bisschen Eis nehme ich mir noch mit. Wir brauchen auf jeden Fall noch Rüstung und ein Schild. Haben wir hier noch irgendwo ein bisschen mehr Eisengold? Hätten wir da oben noch ein bisschen. Ich gehe mal hier nach unten insgesamt. Hier sehe ich es aber gerade nicht. Und ich bin ein Chicken. Wie süß. Ich bin ein Schaf. Oh. Du bist ein Schaf. Moment mal. Was habe ich durch das Chicken bekommen? Geschnelligkeit habe ich wieder bekommen. Du hast Diamanten gefunden. Sehr gut, Kater. Ich habe gerade fünf Stück insgesamt. Wie viele hast du gefunden? Äh. Ja. Ich würde mir eine Eisenschwertsacke machen. Welches ist hier noch? Eine Kiste Eisen ist hier noch? Oh. Zombie vor allen Dingen auch. Achtung, Achtung, Achtung. Schnelligkeit ist aber echt sehr, 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 sehr gut. Okay. Jetzt bin ich wieder ich. Und in 30 Sekunden verwandeln wir uns wieder. Das ist der Zombie. Der wird natürlich weggeschätzt. Haben wir. Und zack. Okay. Ich habe noch sieben Eisen. Da hinten wir noch ein bisschen mehr Eisen. Aber Diamanten sehe ich hier, glaube ich, leider nicht mehr. Ich kann mir aber mit fünf Diamanten schon eine Diamante-Spitzhacke machen. Ist hier irgendwo noch ein Diamant. Ich bin ein Schaf geworden mit Regeneration. Oh, das ist praktisch. Oh, ich regeneriere jetzt die ganzen Herzen einfach voll. Oh, ich bin eine andere Katze. Oh, süß. Du bist wie deine Katze. Komm, Herr Diaz. Oh, top top. Okay. Hier ist erstmal nichts. Hier sind die ganzen Skelette insgesamt. Die werden weggeschätzt. Sehr gut. Hier ist noch Eisen. Das nehme ich doch mit. Und dann komme ich zu dir. Katja, du bist ein Diamant. Ich habe auch Diamanten für dich. Oh, dankeschön. Oh, jetzt haben wir neun Stück. Okay. Von Worten halte ich ein bisschen Abstand insgesamt. Oh, hier ist noch so viel Eisen. Was ist das Eisen jetzt? Was da dreht? Stimmt. Oh, da ist doch Eisen im Ofen. Das sollte ich auf jeden Fall wiederholen. Okay. Ich bin wieder ich. Wir haben schon einiges, einiges an Eisen. Da mache ich mir auf jeden Fall schon mal eine Rüstung insgesamt. Dann noch ein Eisenhelm. Dann mache ich natürlich hier schon mal eine Diamantene Spitzhacke. Und ein Diamantene Schwert. Oh, du bist auch schon tipptopp doll gut ausgerüstet. Ich mache dir natürlich auch eine Diamantene Schwert, Katja. Schau mal. Bitteschön. Danke. Sehr gut. Das wird alles angezogen. Dann mache ich natürlich mir noch ein Schild insgesamt. So und so. Schild haben wir auch. Oh, wir sind schon tipptopp doll gut ausgerüstet. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Bogen mit so vielleicht 30 Pfeilen. Das wäre nicht schlecht. Dann würde ich sagen, Katja, wir suchen uns hier auf jeden Fall Lava bzw. Wasser, um Obsidian abzubauen. Oh, sehr gut. Das sind sogar noch mehr Dier. Ne, das ist Lava. Sorry. Oh, ich nehme mal den Ofen mit, ja. Obsidian, da haben wir hier auf jeden Fall mehr als genug. Wir verwandeln uns gleich wieder. Okay. 10 Obsidian wird jetzt hier auf jeden Fall abgebaut. Dann geht es ins Nether. Und dann kriegen wir auf jeden Fall einige Blaze Rods und Ender Pearls. Und dann geht es ins End. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir uns im End verwandeln und zum Beispiel Stärke bekommen. Das ist super, super, super doll hilfreich. Okay. Das wird alles abgebaut. Eine Obsidian habe ich schon. Das zweite wird auch abgebaut. Und ich werde. Was bin ich denn? Ich bin Netherstar. Und du bist ein Gold. Okay. Hier wird auf jeden Fall das Portal gebaut insgesamt. Oh, ich habe, glaube ich, ein zu viel gebaut, Katja. Okay. Schnell abbauen, schnell abbauen, schnell abbauen. Dann geht es ab ins Nether. Dort können wir dann auch einfach in die Lava reinspringen, theoretisch. Portal steht. Dann mache ich mir Flint and Steel. Und es geht ab ins Nether. Wir verwandeln uns auch gleich. Oh, das ist cool. Oh, perfektes Biom. Und was bist du? Ein Diamant. Ich bin ein Diamantron. Das Biom ist echt perfekt. Okay. Hier können wir jetzt erstmal die ganzen Endermänner wegschnetzen. Für natürlich die Enderaugen. Ich habe Geschwindigkeit sogar. Das ist echt cool. Keine Enderpearl bekommen. Nein, nein, nein. Wir müssen aber noch einige, einige, einige mehr Endermänner sein. Okay. Wir holen uns erstmal jetzt zwölf Enderpearls. Oder dreizehn. Ich glaube, das ist ganz gut. Da vorne sind noch Endermänner. Ich habe Schnelligkeit bekommen. Was bin ich denn jetzt? Ich habe auch Schnelligkeit bekommen. Was bin ich denn jetzt? Okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin Emerald. Ich bin Emerald. Ich bin Eisen. Oh, der hat nichts gedroppt. Ich habe auf jeden Fall schon elf Stück. Oh, weia. Hier sind einige gerade. Da ist noch einer. Ich brauche Hilfe. Oh, weia. Ich habe ein Herz. Sorry, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin weit weg. Ich bin weit weg. Ich renne, aber ich habe Schnelligkeit. Das ist kein Problem. Das ist echt sehr, sehr praktisch. Okay. Vielleicht ist es ein Problem. Die sind alle hinter mir her. Die sind alle bei mir. Nee. Oh, schnell hier weg. Schnell hier weg. Schnell, 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 schnell. Oh, jetzt habe ich keine Schnelligkeit mehr. Eine Netherfestung haben wir gefunden mit einigen Blazes. Hast du schon Blazerotts, Katja? Hier sind zwei Spawner nebeneinander. Okay. Hier ist ein Willer-Skeleton. Das wird natürlich auch weggeschlätselt. Der schießt doch gleich wieder. Ja, der schießt. Der schießt sehr gut. Bitte wegschätzeln. Bitte wegschätzeln. Habe ich. Ich habe noch keinen einzigen hier insgesamt. Oh, ich habe an der Führer schon feine Bogen. Vier. Oh, vier schon. Jawohl. Das ist nicht schlecht, Katja. Danke, danke. Ich bin ein kleines Chicken. Habe ich Stärke bekommen? Ich habe Regeneration bekommen, was natürlich auch sehr gut ist. Hier spawnen so viele Blazes. Oh, weia. Okay, die werden alle sammweggeschlätselt. Einen habe ich jetzt auch, Katja. Wegschätzeln, wegschätzeln. Zwei habe ich jetzt auch. Und wegschätzeln. Oh, nee, 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 nee. Hier mache ich Damage, hier mache ich Damage. Und drei habe ich. Hinter dir? Oh, da sind ja noch mehr. Ich muss mal ganz kurz hier weg, Katja. Oh, schnell, 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 schnell. Okay, wir verwandeln uns gleich wieder. Ich drafte die schon mal um. Damit habe ich jetzt schon sechs Blaze Powder. Da sind noch mehr Blazes, da sind noch mehr Blazes. Und bitte schießen, bitte schießen. Sie schießen, sehr gut. Dankeschön. Guck mal, ich gebe dir schon mal alles, was ich habe. Ja, danke, 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 danke. Warte, wenn die weg sind. Und zack, haben wir. Und den haben wir auch. Ich glaube, das reicht jetzt sogar schon theoretisch. Guck mal hier. Ich sammle alles auf. Oh, wir verwandeln uns wieder. Und wir sind reisen. Okay. Oh, 16 Stück. Das ist sehr praktisch. Okay, dann würde ich sagen, die crafte ich schon mal um. Damit haben wir schon mal zehn Eye of Ender. Zur Not hätte ich doch Ender Pearls. Da ist noch ein paar übrig. Dann würde ich sagen, Katja, es geht... Ach, du bist eine Kuh. Ja. Es geht wieder ab nach oben. Okay, das Eye of Ender wird hier in die Luft geworfen. Und es geht hier vorne in die Richtung. Okay, bitte nicht kaputt gehen. Wir können auch mehr craften. Ja, es geht nicht kaputt. Okay, wir müssen perfekt diagonal hier vorne entlang. Da sehe ich schon Silberfischlis, Katja. Und wir haben das Stronghold gefunden. Sherpa und Sherpa und sehr gut. Okay, acht Eye of Ender haben wir noch. Wir können jetzt natürlich noch ein paar mehr craften. Lasst uns in Ruhe. Hier war keine einzige drin, glaube ich. Was? Hier war keine einzige drin. Okay, warte mal. Haben wir genügend? Ja, ja, wir haben genügend. Wir haben genügend. Ich crafte mal nochmal vier. Ja. Ich bin nicht kalt. Oh, ich habe Stärke. Ich habe Stärke. Okay, die werden immer mehr. Ich platziere die letzte mal ganz kurz hier rein. Perfekt. Okay, wir können uns enden. Wir können uns enden. Und schau mal, Katja, ich habe was für dich. Bitte schön. Hast du noch eine Ender-Pack? Ach, du bist super. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Hier vorne lang. Tschüss. Bye-bye. Kriege ich den ersten schon? Den ersten habe ich nicht. Nee, 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 nee. Okay, aber jetzt habe ich den ersten. Sehr gut. Okay, ich habe gerade noch Stärke. Oh, jetzt nicht mehr. Das ist aber so cool. Okay. Los, keine Ender-Männer anschauen. Erstmal hier die ganzen End-Crystals wegschnetzeln. Insgesamt, ich müsste auch mehr als genug Pfeile noch haben. Ja, sehr gut. Die in den Gitter müssten wir auch relativ gut bekommen. Insgesamt. Bitte, 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 bitte. Wegschnetzel, wegschnetzel, wegschnetzeln. Ja, den haben wir. Sehr gut. Dahinter war noch einer. Nein, da schließt du auch drauf. Oh, den hast du gut getroffen, Katja. Dankeschön. Oh, nee. Ich habe den Ender-Dragon getroffen. Den wollte ich gar nicht treffen. Schnell, 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 schnell. Der da oben. Oh, ich habe wieder Stärke bekommen. Oh, was bin ich denn gerade überhaupt? Ich bin scharf. Ach, süß. Okay, da oben ist er, da oben ist er. Kommt er gleich wieder runter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir könnten ihn theoretisch auch mit Pfeilebogen komplett wegschnetzeln. Oh, nee, 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 nee. Er fiegt jetzt in die Kreise. Ich habe leider keine Pfeile mehr. Oh, nein. Okay, ich habe leider nur noch 30 insgesamt. Oh, ich müsste ihn treffen. Ich müsste ihn treffen. Jetzt kommt er runter, oder? Ja, er müsste runterkommen. Ja, sehr gut. Und wir haben es geschafft. Wir haben Minecraft durchgespielt und uns jede 60 Sekunden in ein Item oder ein Mock verwandelt. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.